Hallo zusammen, hier ist wieder Ocela und ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns wieder ein paar Kisten aus MOP anschauen, und zwar aus den Szenarios. Und dazu habe ich schon wieder ein bisschen was gefarmt. Drei Kisten haben wir hier rumliegen, beziehungsweise ein paar andere hole ich mir gleich noch. Und ja, bevor wir jetzt rein starten, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt an, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir waren stehen geblieben bei insgesamt 236 Items, die mir noch fehlen. Knappe 30% habe ich schon. Aus den blauen Kisten brauchen wir noch 174 und aus den epischen 62. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch, machen wir hier mit meinem Priester das erste Ding auf. Und da haben wir absolut gar nichts drin. Dann das zweite, da haben wir auch nichts drin. Es geht ja schon mal gut los. Und was haben wir hier? Einen Gürtel, den ich schon hatte. Okay. Also zusammengefasst, dreimal eine Nullnummer. Perfekt. Dann schauen wir uns als nächstes den Monk hier an. Kiste Nummer 1. Da war wieder nichts Sinniges drin. Die Quest, die hier rumbackt. Dann die zweite Kiste haben wir einen Ring. Den kann ich auch nicht brauchen. Und die dritte habe ich eine Faustwaffe. Das ist schon mal gar nicht schlecht, dass wir die gekriegt haben. Zumindest schon mal das erste Item. Dann habe ich hier noch einen Worry. Und mal gucken, was haben wir da Schönes drin? Nada. Auch nichts. Uh, also aus den blauen Items, aus den blauen Kisten brauche ich jetzt mal ein paar Items raus, weil sonst wird das hier nichts werden. Gut, und die epische Kiste. Das hat zumindest eine epische Brust drin. Ja gut, zumindest ein Teil. Als nächstes haben wir noch einen Hexenmeister. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass wir ein paar Stoffteile aus den blauen Kisten kriegen. Äh, einen Ring. Ach, was für eine Überraschung. Wieder irgendein grünes Teil. Und was haben wir da drin? Einen Stoffkopf, den ich schon hatte. Na wunderbar. Dann haben wir noch einen Paladin. Und da haben wir nichts drin. Ah, da haben wir doch mal wieder ein Item. Eine Plattenbrust. Und was haben wir hier Schönes? Noch eine Plattenbrust, aber die hatte ich anscheinend auch schon. Und dann haben wir hier nochmal einen Paladin. Also diese blauen Kisten, heute wollen sie so gar nicht, ne? Auch wieder nix. Auch nix. Und dann haben wir hier zumindest noch einen Helm in der epischen Kiste. So, dann haben wir noch einen Hexenmeister. Gucken wir mal, wie es mit dem Stoffkirr aussieht. Ah, da war schon was drin, aber das hatte ich leider schon. Schade. Das hatte ich auch schon. Oh mein Gott. Kriege ich nur noch Items raus, die ich schon gelernt habe. Und das letzte. Oh, drei Items dreimal hatte ich schon. RIP. Gut, dann gucken wir mal im nächsten Schar. Wir haben noch einen Evoker. Da müssen wir ein bisschen Kettenzeug kriegen. Oder auch nicht. Bisschen was Grünes. Das kann ich leider auch nicht brauchen. Und vielleicht in der epischen Kiste. So eine Kettenbrust oder sowas. Ah, eine Waffe. Zumindest etwas. Ein Intdolch ist es. Naja, das kann man schon mal brauchen. Als nächstes haben wir dann einen Dekar. Und ja, mal gucken. Bisschen Plattengier. Oder auch nicht. Ah, die Brust hatte ich schon. Mist aber auch. Und was aber da noch schön ist drin? Einen Kopf, den ich auch schon hatte. Ja gut, dreimal nix. So, dann sind wir auf dem nächsten Charme. Und zwar habe ich jetzt noch mal einen Schurken hier rausgekramt. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir da drin haben. Können wir noch kurz die Quest gleich schon mal abgeben. Und dann schauen wir doch mal. Also als erstes der blaue Schatz. Ah, wunderbar. Was haben wir da? Einen Dol... Ne, Streitkolben ist es mit Agi. Ich dachte erst, das ist ein Dolch. Streitkolben. Dann haben wir leider nix drin. Und was haben wir hier schönes? Einen Gürtel, den ich auch schon hatte. Gut, damit müssten wir durch sein. Jetzt sind wir runter auf 229 Items. 32% und ja, 24 bei den blauen Beuteln. Und 48 bei den epischen. Damit, ja, sind wir durch. Ich habe mich gefreut, dass ihr bei wart. Und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Telaa. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.